Es geht voll schnell, Mann. Ich dachte, ich bin krank. Ich dachte, ich bin krank, weil ich jeden Tag geschmissen habe. Was ist das für Suppe? Sauerstoff? Wir essen das zusammen, ja. Linsensuppe, aber ich merke... Sauerstoff! Ich merke, es ist so eine Opfersuppe, ja. Ich habe vom falschen Laden... So eine Opfersuppe? So eine harzige Qualität, wa? Scheiße, wir essen manchmal bei dir auch nicht gut. Die haben gesagt, das Brot ist gut. Das Brot ist wirklich gut, sieht man auch so. Das Brot ist ein bisschen zusammen. Ja, zehnmal besser gewesen, Alter. Bei den Kurdistan hier. Warte mal. So. Wie ist am Wheezy rauchen hier? Digges Weed. Hebst du ab, oder was? Ja, Bruder. Sieh, du machst keine alten Sachen, Mann. Sieh, du weißt schon. Wheezy smoke. Ja, schon wie im Hypert, ne? So. Okay, das will ich mal kosten. Du musst da auch hinpacken. Er holt nur zu krasse Qualität immer, wa? Ich wünsche. Nur das zweite vom Feinsten, wa? Alter, das ist mein Frühstück, ja. Ja. Gern mal zwei Suppen. Immer zwischendurch rein tauchen. Mhm. So wie ne Schlampe. Ich lass die Hunde wieder bellen. Ja. 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 Okay. Ja. Du mach da euch keine Sorgen, jetzt ist Tanju da. Was soll ich machen, Alter? Gefallen über das Wochenende? Gefallen über das Wochenende soll ich hier tun? Was für einen Gefallen? Besorge noch 5 Liter Cola. Was? Cola soll zu mir besuchen. 5 Liter am Wochenende. 5 Liter. Und dann? Ich will am Wochenende Cola trinken. Kein Alkohol mehr. Ah, Clean Boy. Was für eine Scheiße, Dicke. Am Sonntag kommt ein Gast. Ihr müsst anstoßen auf das T-Shirt, was wir haben. Das ist mit 51 Logo. Überraschung, aber ihr müsst anstoßen. Fico. Fico on the phone. Gebt euch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wieso? Ja, eben. Sa, Sa. Dicke Sa. Dicke Sa. Sa. Hamdula. Mach euch keine Sorgen jetzt. Sa. Brille, Brille. Du hast noch nie in deinem Leben Brille gesagt. Sag mal einmal. Hamdula Brille, komm mit dir helfen. Ja, ey, ne Sa. 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 Warte, was machst du jetzt so gut da rausgehen? Na ja, dann gehen wir raus, dann gehen wir nach Tür. Na aus. Abfall machen. Ey, da geh mal chillen. Da quatsch war morgen, Alter. Ja, ich hab's machen, da unten sind die Chinesin mit den Weibern. Na, ey, ne Sa. Okay, ey, wir quatschen. Sa. Okay, bis morgen. Hamdula, meine Freunde.